2. Versuch Lugia Echt leidend Diesmal sind mehr Leute am Start Schauen wir mal Also jetzt wieder Samen zusammen Schicki oder was? Ja ja Ist einfach öffnen Was? 3x Wieser Samen 3x Wieser Samen Da bin ich ja ganz woanders Der läuft halt aus Oder 3x Wieser Samen Alter Alter Mein Gott jetzt bin ich nicht mehr in der Nähe von der Arena Leidend Schauen wir mal GPS macht Probleme Alter Ich komm nicht an die Arena Gone So Ich muss mich beeilen 3x Wieser Samen Bevor die Leute hier ohne mich anfangen So Battle Ah ne Join Group hätte ich machen müssen Ups Sorry Yes Private Group 3x Wieser Samen Go Und Okay 29 Sekunden Aber ich hab's geschafft So Weg mit dem Hyterga Combat Power Weg mit dem Hyterga Oh mein Gott App abgestürzt Stopp! App abgestürzt Geht's alle raus? Alle raus! Alle raus! Alle wieder raus! Die App vom Führer ist abgestürzt Und nicht nur von mir Von vielen Also raus! Soll ich wieder die Gruppe machen? Ich will das mein Glückster läuft Wenn das Scheiß fertig ist Läuft nur noch 3 Minuten Mann Das schaffst du nicht Weil der Kampf dauert ja Gitter ja aufnehmen Du musst mir Hotspot geben Möchtest du einen Hotspot? Jetzt hab ich auch einen Freeze Oh ja toll Seid ihr wieder drin? Nee Nee Ich schimpf mal Die gesamte App Geflash Ich dir auch Oh Gott er nimmt auf Ich nehme trotzdem Du warst eh nicht im Bild Jetzt bleibst du ins Bild Aber du hast meine Stimme drauf Du bist doch Kommentator Das bist du doch gewohnt Ja aber doch nicht für Aber doch nicht für Pokemon Was ist das scheine Gruppe? Ich kämpf grad mit 4 Leuten hier Du hast doch alle rausgeschmissen. Ja und dann bin ich wieder reingegangen. Ja, aber die erwarten alle auf dich. Also wirklich der Führer, ne? Die macht ja alle durcheinander. Nee, nee, das ist der Gelbe. Welche Gruppe denn jetzt? Ja. Purges Chaos. Purges Chaos. Hast du das nicht? Du bist der Führer. Du musst das organisieren. Was ist noch mal der Code? Wieser Sam, Wieser Sam, Schiggy. Ich hab geschlafen. Aber ein Video hast du noch machen können. Ja, das. Das hab ich schon gesehen. Ich lass mal wieder zur Organa hier. Ah! So. Und. Alter, das leckt so hart. Das ist ab nochmal. Wieso Battle? Geht einfach alle auf Battle ohne diese Gruppe. Ja, wieso macht ihr immer private? Wir sind nur. Ja, warum macht ihr private? 30 Sekunden noch. Ist doch egal. Wieso bist du drin? Diese Sorge sind am Schiggy. Ich bin wieder auf den. Ich komme aus Versehen auf die normale. Ach, du bist der Level 3. Okay, jetzt bin ich drin. Das ist ja eh nichts Schlimmes. Das ist ja eh nichts Schlimmes. Das ist ja eh nichts Schlimmes. So. Auf geht's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020